Ah, so ist das! Töte sie alle! Töte sie alle! Töte sie alle! Stirb, 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 stirb! Und weiter geht's, ja, ho, ja! Ach, guckt euch da dann, wie hier alles zerficke! Jawoll! Questa füllt die Wunderbärchen! Jetzt müssen sie mit Larry sprechen! Och, guck mal, wer da ist! Wem, wem, wem! König der fucking Laufvögel! Jawoll, jawoll, jawoll! Pah! Noob! So! Dann geben wir mal zu Larry! Hell yeah! Oh je, Soldatenpflicht! Schick, schick! Oh my god! Look at that! Oh yeah! Verstreute Vorräte sammel- Samm Jeśli Sammeln 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 Schau, das ist immer gut. Uh, da hast du dein neuen Skills Spiegelschild. Lässt die Seele des Kriegers in sein Schild einfließen und erwirkt eine Reflexion des generischen Angriffs. Ach so, ein Block. Schick. Ja, halt Tankfertigkeiten und so, ne? Weiß du Bescheid, ne? Weiß du Bescheid. So, was kannst du? Kannst du überhaupt was? Was will ich, was will ich? Äh. Ich bin schließlich, ich denke, ich brauche Leben. So. Jawohl, ja. Grauswichtel, jawohl. Na, das bleibt, okay. Oh, das ist Buff, wie geil. Bleibt der Buff? Bleibt der Buff? Bleibt der Buff? Ich glaube, ob du dich schon mitbefachtst, war. Bleibt der Buff? Scheinbar. Ne, der läuft nicht so nochmal aus, okay, gut. Läuft gerade aus. Schick. Ah, ja, genau, bekriege ich ja, gott vor dem. Ah, ja, genau, bekriege ich ja, gott vor dem. Also, auch Crafting wird Account-Wide übernommen. Waldkerneinsetzen und Ring des Flumiausen einsetzen. Flumiausen. Geil. Also, das ist so richtig männlich an. So. Danke für den Ring, my friend. Gerne geschehen. So. Ich hoffe, ich finde jetzt die Viecher gleich auf Anhieb. Hm. Aber eher nicht. Was muss ich? Was muss ich? Böswicht. Kann man geklebt. Musik geht. Hm. Ah, da. Hm. 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 E canım. Ähm. Tot. Tot? Ok. Aus. Tänk ist schon cool. wenn er wird schon ein halber und gebraucht weil ich heute alles zusammengezogen was wird und hier wahrscheinlich nicht so sinnvoll ist aber egal das ist für leben sehr geil so hier wieder später nämlich die verteidigung wie nein sagt das ist es dann ist der König schon wieder da die und noch kein Korn von dem Kassierkrat Loll vorher hat er mich auf halb halbem Leben runter kann und jetzt kann sich noch nicht mehr schaden von dem die die mich angreifen sterben eh passiv von der Reflexionsschilder das ist ja mal genial das klammer oh ich könnte mal mein Camp Bandships anziehen ja das ist besser so geil so geil ja ja so gucken wir mal wo der hexe er noch gut BAM Toa Iron Man alles aber der von Hammer so e eh das Magie teleportiert zurück nach Skandia wahrscheinlich irgendwas mit Skandinavien dann so schick ja am Juwel das ist ja wenn wir kommen warum wir nicht haben wer hat allerdings alle Energie verloren was du willst auch kein Juwel also stimmt ja ich muss jetzt die Dinger absorbieren hier die Dinger halten das ist Bescheid oh hier guck mal die Fischerfamilie das Angeln ist echt keine Ahnung ich hab's ich hab's mit meinem Großen bis auf ein zwei Sachen hat's nicht wirklich was gebracht aber gut irgendwie fühle ich mich mit dem Paladin wie in Zelda Link das sieht jetzt er sieht doch so genau aus wie Link find ich so interessant grad so Baumeinergie ist bestimmt hier irgendwo ja lassen einfach gehen weil die brauchen eben genaue Punkte und das finde ich ein bisschen komisch so ich sehe gar nix ich sehe gar nix Wahnsinn jetzt er kann glaube ich war hier oben ja genau so zurück zu Elena ah schick ich hab nur den Effekt yeah und ich zieh den sogar hinter mir her oh jetzt nicht mehr schade er hat so schick ausgeschen so klick so klick super Hallo Elena grüß die Osterbio für mich jawohl hoi brauchst du drei maus vier maus ja war ich doch oh ach ah je die Blu ich bin 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 aber erst muss ich noch mal Verteidigung und hier Schicksal Level 10 der EP-Boost bringt schon echt viel ich hätte nicht meint dass das so viel ausmacht aber mit meinen anderen Charakter war jetzt Level 7 oder 8 maximal das ist ziemlich krass Sportbefehl ich bin vor dem Tengel nicht auch Sportbefehl wo wirbeln der Donner zusammen mit den gesamten GF und der Eier genau das ist mein Geier ausgebildet so also das blocken finde ich schon schick eigentlich ja definitiv der Bisschen Stiefel so muss das sein angekommen ja das muss die Zauberung machen Geier schaust drinnen was habe ich da drinnen die Generationstränke so jetzt muss ich muss ich mal kurz kurz was gucken mal was gucken ja so wohl mehr 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 vorher waren da noch so viele Leute und wie sie es jetzt keine Sau mehr hier seltsam also was muss ich überhaupt machen sprich mit Kane die dann hat McCain das doch glaube ich da hinten ja das ist 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 hinten ich bin mir egal so so jetzt da rein genau so, wir müssen ja durchschritten ach so ist das du hast auch einen, Eidolon dann steckst du in derselben Situation wie ich, warum verbünden wir uns nicht einfach nein, wenn du hier bist, um das Kind zu reden, dann dann endest du wie die Schwachen das ist kein Zufall, dass wir beide über die gleiche Kraft verfügen diese Leute ihr Leben zu nehmen macht uns stärker wenn du versuchst dann lässt du mir keine Eure Wolle, was sich zu töten na gut, dann halt auf die harte Tour erstmal richtig, auf die Schar Mauze so schaut es fast wow wow der 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 den der 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 den ich finde Prinzessin Seltzer, Josh die Uhr übertreibt noch ein bisschen ja würden doch färschen schläfst du die dort sind seit ich da hat es nicht solle ich da hat es nicht solle ich da hat es mir überhaupt zu wenig der war ganz schlecht ich werde dich beobachten als er genau macht das mal hallo ich bin selder grüß die m link sorry kent so reden wir mal mit den leuten hier sagst du dazu elena was sagst du dazu kein sagst du dazu skri wie konnte es nur so weit kommen werde ich einmal so wie er das ist eigentlich das hintergrundgeräusch gott gut die ganze nacht hast du über den geliebt übelte die städte entweder du es kann ich habe noch tschüss zu allen händlern mit dem ich jeweils einmal geredet auf die hohe dort wo jetzt die schon der erste geht eigentlich schnell nur wenn man so überlegt nicht na genau zehn minuten kriege ich ein item von meinem süßen clean fliegenden hündchen jaja also hier ja die 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 so auf noch dort wo er auch sagt du folgst der frau des oberhaupts aus kann der heraus zu großartigste ins nächste gebiet gut so wir gehen dann ja erst mal Punkte setzen zurempel ist nächstes mal blöken schaden auch enthalten heute rote 8 heute ich könnte jetzt voll auf level geben das wäre halt ziemlich gut aber alle vorm schieße mich nur weil ich jetzt 20 minuten hier geholfen ich weiß ich bin cool 5 die liebte die liebte die 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 genau passt schon alles klar aber noch recht die einfach ich mit ihm die ja und während diesen schönen schicken video werde ich mich verabschieden für die erste folge die nächste folge findet dann im schluss in der krasse an christian etwas größere gebiet stadt bis dann tschüss so 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 so